Da sind wir auch schon wieder zu Minecraft, endlich! Ich hab jetzt Assassin's Creed durch und wir gehen erstmal in eine Höhle! So. Die Welt muss erstmal aufbauen nebenbei, also nicht wundern. Ey, die Höhle ist aber klein. Ich brauch mehr Höhlen. Höhlen! Ah, da geht's ja weiter. Oh. Hallo? Wie, die ist auch schon wieder vorbei? Lame! Ich brauch doch Mineralien. Hm, vielleicht finden wir da oben noch mehr. Ah, geht schneller. Höhle, Höhle, ich brauch eine Höhle. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Es wird verschissen dunkel. Ich hab Angst um Dunkeln. Vor irgendwas. Ich weiß nicht, wo was. Hey, wir gehen in das tiefe Loch dort. Oder? Ja. Hallo? Ich bin's. Der Friedolin. Nein, okay. Das ist krank. Ähm. 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 Ich war friedlich. Ich noob. Soll ich ein Monster anhaben. Wie sind die ehrliche Spiele? Ich seh dich. Stirb, Aua. Kommt mir eine her. Hast du einen Hauf? Böse. Da ist ein Creeper. Ich muss sagen, das ist eine ziemlich verzwickte Höhle, wenn ich das so sehe. Da müssen wir wohl mehr aufpassen. Jetzt brauchen wir Eisen. Warum? Weil das Eisen macht mich Eisen. So, ich habe auf dem Weg auch noch Kohle gesehen. Da bräuchten wir eventuell auch, um neue Fackeln zu bauen. Warum haben wir eigentlich diese leichten Legs immer noch? Ich habe schon so viel gemacht. Ich verstehe nicht, wieso. Ich habe eigentlich nichts verändert, so weit am PC. Falls wer fragt. Vielleicht hat jemand von euch eine bessere Lösung? Ich habe schon damit X gemacht. Ich habe die Kraka. Ich habe alles Mögliche. Erdenkliche getan. Hm. Erstmal wieder Fackeln. So, wir bauen die rechtliche Kohle natürlich mit ab. Die brauchen wir, ja. Ich war heute bei der Arbeit, wie immer. Und natürlich habe ich bei der Arbeit erst mal das Tor kaputt gemacht. Das Haupttor. Ich habe es hochgefahren und habe mir so, boah, quiekt das. Das kann nicht so okay sein, ne. Und dann halte ich das Tor wieder an und fahre es wieder runter. Und so ein großes Industrieeingangstor, ne. Das ist so in so einer Schiene. Das fährt dann hoch mit den Rollen dann da. Ey, diese Framework-Nerven hier. Echt auch. Und dann habe ich wieder runtergefahren. Und dann ist natürlich das Rad bei diesem einen, äh, in diesem Gitter, wo das hochfährt, hängen geblieben. Ähm. Oh, Bohrung. Und dann quasi ist das Rad dann hängen geblieben und dann ist das ganze Teil verbohren. Auch schön. Und dann ist das Rad rausgerissen und, oh, dann müsste jetzt mal demnächst repariert werden. Oh Gott, oh Gott. Ich habe mich eben erschrocken. Ich denke so, scheiße, du bist tot. Ah, ich lebe doch, ihr Schweine. Nicht mit Jesus Christus. Habe ich ja ein T-Shirt gesehen. Da stand drauf, Jesus. Da stand drauf, ja, Jesus. Und dann stand da drauf, äh, dass ich Läge habe. Ähm. Liebe. Und das Liebe ging so durch das Jesus-Zeichen quasi, so ganz creepy. Ich habe nicht die Religion, aber solche T-Shirts finde ich komisch. Das sah auch nicht schön aus. Aber ich glaube, er, die war obdachlos und hatte nichts anderes. Also sah so aus. Was zum Fick ist das für eine Höhle, bitte, hä? Ah, oh Gott. Oh Gott. Ich mache hier nicht meine Sachen kaputt. So, hier haben wir die Lava. Ich brauche mich mal hier heimlich an der Seite entlang. Das ist jetzt. Aua, aua, ich brenne. Ah, da war noch Wasser. Oh nein. Meine Sachen. Meine Sachen. Fuck. Fuck. Ich brauche meine Sachen. Runter, 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 runter. Ich bin tot, oder? Oh ja. So, nochmal. Schnell hin. Ich muss in die Spalte. Sonst muss ich sterben. Ohne Items geht. Das heutzutage nicht. Du bist doch ein Arschgesicht durchficken. So, dich. Wir müssen erstmal heimlich da durchkommen. Egal wie. Aber Jesus liebt uns. Und wir lieben Jesus. Und diese Macht wird sogar diesen Creeper aufhalten. Oh, das sind sogar zwei Creeper. Ich seh nix. Hallo. Oh, wo gehst du denn da lang? Oh, schön hier. Bevor ihr mich tötet, verbrenne ich mich lieber. So. Ich kann vergessen, meine Sachen zu finden, oder? Weg von meinem Haus. Ihr seid alle Schweine. Warum sind die drei Creeper da? Schnell Deckung. Meine Sachen. Halleluja. Es gibt doch einen Gott. Zwar gemein, aber trotzdem. So. Habe ich denn Rüstung irgendwas? Nö, ne? Sieht ganz schlecht aus. Wir haben auch noch Fackeln und noch unser Schwert. Ach, komm. Im Prinzip bräuchte ich ja Fleisch. Wieso brauche ich ja nicht zu erwähnen, ne? Aber ich hatte doch Fleisch im Inventar. Und wo ist meine Essenspitzhacke? Sind sie vielleicht... Sind sie vielleicht... Ach, ne, da sind noch Sachen. Sind hier noch Sachen? Hallo? Hm. Da ist mein Fleisch. Und meine Eisenspitzhacke ist immer noch verschollen. Nein, das ist scheiße. Das ist eigentlich das, was ich am meisten brauche eigentlich. Aber mein Fleisch. Schnell mampfen. Oh Gott. So. Der Part wird jetzt etwas kürzer, Leute. Aus dem Grund, weil mich das immer noch nervt mit dem Firm Drops. Ich habe gedacht, ich habe es in den Griff bekommen. Ich versuche noch mehr Methoden irgendwie. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Und wir sehen uns dann wieder. Totalein. 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 Totalein.